Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum JavaScript Tutorial. Heute machen wir die ForIn Schleife. Die ForIn Schleife erleichtert euch das Ganze hier mit den Arrays. Das war wirklich nicht so ansehnlich, also das hier zu schreiben ist schon anstrengend. Das ist aber das Normale, wie man es immer macht. JavaScript stellt euch hier so ein bisschen was Erleichtertes zur Verfügung, nämlich die ForIn Schleife. Und die wollen wir uns jetzt gerade mal angucken. Okay, wir definieren uns hier wieder eine Variable i, aber wir sagen jetzt nicht, die ist gleich 0, sondern wir sagen, sie ist in Users. Das heißt, für jeden Eintrag in Users nimmt diese Variable i hier einen passenden Wert an. Also Users 0 ist ja Revan, Users 1 ist Darth Maul, Users 2 ist Vader und Users 3 ist Sidious. Deswegen bekommen wir hier, wenn wir sagen, for i in Users als i alle Werte, die es hier drin gibt, also 0, 1, 2 und 3. Und jetzt könnt ihr da einfach mal gucken, wenn ich hier jetzt ein for laufen lasse, dann kriege ich als i 0, 1, 2 und 3. Und wenn ich 0, 1, 2 und 3 kriege, ja dann kann ich ja auch einfach Users von i machen. Und das Schöne ist, die Schleife, die terminiert automatisch, das heißt, wenn wir am Ende von unserem Array sind, dann sind wir auch tatsächlich fertig. Das heißt, dieses i müsst ihr irgendwie nicht darauf achten, dass es wirklich kleiner ist oder sowas, sondern das geht von selber zu Ende. Und es erhöht sich auch von selbst, das heißt, dieses i++ oder i-, das braucht ihr auch nicht mehr machen. Leider könnt ihr es jetzt nicht mehr umdrehen, das müsstet ihr dann über Reverse machen, das habe ich euch aber schon gezeigt. Da dreht ihr quasi euer Array um. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann passiert folgendes. Wir kriegen erstmal Darth Revan als Ausgabe. Das ist unser erster Eintrag gewesen, also war i gleich 0, denn wir haben hier Users an der Stelle 0 als Darth Revan. Dann bekommen wir Darth Maul als 1, für 2 bekommen wir Darth Vader und für 3 bekommen wir Darth Sidious. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine Kurzschreibweise für das andere Array, für die andere Vorschleife genommen. Ja, praktisch ist es schon, aber es kann natürlich sein, dass ihr hier nicht immer ein Array habt, sondern dass ihr vielleicht einfach mal eine gewisse Anzahl von mal irgendwas ausführen wollt. Also ihr wollt zum Beispiel 20 mal irgendeinen Algorithmus ausführen, zum Beispiel irgendwelche neuronalen Netze oder sowas, keine Ahnung. Bleibt euch überlassen. Auf jeden Fall gibt es hier dann leider mit dem 4in keine Möglichkeit, dann braucht ihr die normale Vorschleife auch wieder, deswegen habe ich euch die zuerst gezeigt. Genau, so funktioniert also die 4in Schleife, war jetzt ein relativ kurzes Video, ist glaube ich auch leichter gewesen als letztes Mal. Und ich hoffe es hat euch gefallen, ja und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.